IP-Adressen, ein wundervolles Tool, um das Netzwerk zu durchstöbern, jedoch eigentlich in dieser Form mittlerweile veraltet. Dennoch immer noch sehr weit verbreitet. Ich glaube, fast jeder Server, der eine Website hostet, nutzt immer noch IPv4, denn manche Endgeräte sind halt leider immer noch nicht auf IPv6 angekommen. Deswegen machen wir heute mal folgendes und zwar, wir haben eine zweigeteilte Challenge und zwar erstmal, eigentlich sind es zwei Challenges in einem heute, was euch beglückt. Ich hoffe, das gefällt euch auch, ansonsten, wie gesagt, ihr schreibt mir ganz gerne mal. Und zwar, zuerst einmal wollen wir hier alle IP-Adressen generieren, die es überhaupt nur gibt. Und zwar auf eine faule Art und Weise. Also nicht wir sind faul, sondern der Code soll lazy sein. Das ist eine Challenge, die man durchaus mal brauchen kann, denn zum Beispiel, sagen wir mal, Google braucht natürlich irgendwie eine Möglichkeit, alle Webseiten irgendwie zu crawlen. Und woher sollen sie alle Webseiten bekommen, wenn sie nicht irgendwie rein zufällig alle IP-Adressen bekommen? Das ist immer so ein bisschen das Problem. So, also natürlich, mittlerweile funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Früher war das relativ primitiv. Man guckt einfach bei jeder IP-Adresse mal kurz nach, ist da was gehostet oder ist da nichts gehostet. Das ist auch völlig legal. Und ja, muss man auch oder musste man auch tatsächlich für manche Dinge tun. Das zweite ist, wir wollen eine IP parsen, die uns als so ein komischer String hier gegeben ist. Das könnte euch durchaus noch hin und wieder mal als nützlich erweisen. Und ja, diese Challenge hier, die zweite, wurde von Microsoft bei einem Vorstellungsgespräch wieder gefragt und ist eigentlich auch ganz sinnvoll, wenn man sich das mal so in der Praxis überlegt. Das heißt, in diesem Fall hätten wir hier zum Beispiel die IP-Adresse 123.123.10.11. Aber ohne die Punkte haben wir natürlich das Problem, hier steht keine 0.10 vorne dran, okay? Und Teile von IP-Adressen sind auch immer zwischen 0 und 255. Das heißt, man muss hier ganz genau parsen und auch ein bisschen intelligent parsen. Ich meine, theoretisch könnte ich auch hier den Punkt setzen und so machen. Aber da steht eine 0, also kann ich das offensichtlich nicht machen. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Hier oben ist es eigentlich relativ schnell getan. Und zwar, wir fangen an mit Generate IP. Wie gesagt, es soll auf eine lazy Art und Weise gemacht werden. Das heißt, wir sagen hier vor. Und schon hier haben wir gleich mehrere Möglichkeiten. Wir können einfach hier mehrere, nun sozusagen Teile ineinander schachteln. Das werden wir jetzt tun. Das ist die einfache Variante. Aber ihr könnt gerne auch als kleine Challenge für euch das Ganze mal versuchen, kompakter zu schreiben. Das heißt, wir sagen hier vor A in Range von 255. Ah, und hier vielleicht eine Sache, die wir ganz kurz überprüfen müssen. Und zwar, die wir ganz kurz uns angucken wollen. Ich will euch kurz zeigen, wie Range eigentlich genau funktioniert. Wenn wir Range 10 machen, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, wir haben hier erstmal List aus Range von 10. Und dann sieht das so aus. Wir haben hier nur die Zahlen von 0 bis 9. Das heißt, eigentlich, wenn wir hier sagen, wir wollen eigentlich Zahlen von 0 bis 255 haben, sagen wir hier nicht in Range von 255, sondern eigentlich in 256. Das ist quasi der Stop, der aber nicht mehr drin ist. Okay. Und so, und das machen wir jetzt gleich mehrfach. Denn eine IP-Adresse besteht aus vier Teilen. Also erstmal so, und dann so, und dann so. Und ja, jetzt haben wir hier natürlich viermal A, das müssen wir noch kurz ändern, B, C und D. Und hier dürft, wie gesagt, wir jetzt einmal ganz kurz für euch das Ganze in eine Zeile reinschreiben, was ihr haben wollt. Und jetzt kommt das Ganze, was faul ist. Wir sagen hier nicht irgendwie, wir generieren irgendwas und machen dann Return, sondern wir benutzen Yield dafür. Das heißt, wir sagen hier Yield und hier könnt ihr mit einem Format-String arbeiten, wenn ihr wollt. Eigentlich können wir das auch machen. Ein Format-String reinschreiben und dann irgendwie sagen, hier kommt A rein, ups, A, dann kommt ein Punkt, dann kommt B, dann kommt wieder ein Punkt, dann kommt C, dann kommt wieder ein Punkt und dann kommt, ups, dann kommt D. So, und das ist im Endeffekt unsere IP-Adresse. Diese Zahlen hier nehmen im Endeffekt alles an, was wir haben. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Wir sehen offensichtlich, wir haben nur ein Generator-Object. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Das bedeutet, wir müssen das hier ein kleines bisschen umschreiben, weil offensichtlich ist das jetzt gerade ein Generator. Also müssen wir hier offensichtlich diesen Generator erstmal instanziieren. Also hier quasi einen Generator draus bauen. Das ist quasi jetzt eine Variable und jetzt jedes Mal, wenn ich hier drauf Next aufrufe, das heißt Next von eurem Generator, wird er euch quasi die nächste IP-Adresse bauen. Das ist quasi ein sehr simples Modul sozusagen, um sich hier faul etwas zu bauen. Das heißt, wir sehen hier, diese Funktion wird eigentlich nicht richtig aufgerufen. Im Endeffekt return sie immer genau denselben Teil. Ich habe dazu auch schon ein Video in der Python-Reihe gemacht. Ich dachte, es wäre mal wieder sehr, sehr nützlich, euch zu zeigen, wo man das eigentlich in der Praxis auch braucht. Jetzt kann ich hier tatsächlich so oft ich will hergehen. Ich kann das irgendwo später im Code machen. Der merkt sich quasi, wo er aktuell gerade ist, dieser Generator, und generiert euch einfach die nächste IP-Adresse, die ihr hier haben wollt. Warum machen wir nicht einfach eine Liste aus IP-Adressen, eine Liste aus allen IP-Adressen? Nun ganz einfach, dieses Beispiel hier würde sogar noch funktionieren. Das ist jetzt nicht so viel. Es ist im Endeffekt 256 hoch 4 Variablen, was aber doch schon ziemlich, ziemlich viel ist. Und sowas im Speicher zu halten, ist nicht gerade effizient. Das heißt, es ist ein bisschen Overkill und wird deswegen eigentlich ganz gerne so als Generator gemacht, weil so merkt man sich im Endeffekt nur diese drei oder vier Variablen hier, wo ich eben gerade bin und kann die jederzeit ausgeben, wenn ich das möchte und erhöhe sie dann einfach um 1. Anstatt, dass ich mir eben 256 hoch 4 merken muss. Das ist halt eben ein extremer Platzunterschied für euren RAM. Und deswegen macht man das lieber so. Jetzt zum nächsten Problem. Und zwar hier, wenn wir jetzt diese IP-Adresse parsen wollen, ist das eigentlich ein komplett anderes Problem. Ihr könnt euch das aussuchen, ob ihr das komplett als separate Challenge seht, aber ja, ich glaube, es ist ganz nützlich so gewesen. Und zwar, wir müssen erst mal hier, wie wir hier quasi vorgehen. Denn der große Punkt hierbei ist, wir haben hier mehrere Möglichkeiten für IP-Adressen. Ich wechsle jetzt einfach nur mal diese eine Zahl auf 122. Und dann haben wir die Möglichkeit 122, okay, wechseln wir die auch mal nochmal ganz kurz, dann wird es eindeutiger, was ich meine. So, das ist eine mögliche IP-Adresse, was ich hier rausbekommen kann. Aber ich kann genauso gut hier meine Punkte setzen. So, ja, das ist auch eine gültige IP-Adresse. Das heißt, ich habe mehrere Lösungen für ein und denselben String, wenn ich das möchte. Also in manchen Fällen natürlich nicht, wenn ich jetzt hier irgendwie eine 5 stehen habe oder eine 6 oder sowas, dann geht das natürlich nicht mehr, dass ich hinter der 12 Punkt mache. Aber ich habe manche Fälle, wo ich mehrere Lösungen habe. Und das ist schon sehr beeindruckend. Das heißt, wir müssen hier auf mehrere Sachen Acht geben. So, und jetzt machen wir das irgendwie rekursiv. Und das machen wir, indem wir hier oben direkt einen Default-Parameter einbauen. Und zwar sagen wir hier einfach mal Parts dazu. Und zwar ist gleich. Und das bedeutet, wir haben hier mehrere Teile unserer IP-Adresse und die speichern wir uns erstmal schön zwischen. So, und jetzt natürlich die Frage, wann ist eigentlich Abbruch? Das ist immer so die erste Frage, die ich mir bei einer Rekursion stelle. Weil, wie gesagt, es gibt ja hier mehrere Lösungen und, naja, wir machen das eben jetzt quasi rekursiv, weil wir eben hier mehrere Teile anders aufteilen können, okay? Das bedeutet, wann ist eigentlich Abbruch? Na ja, eine IP-Adresse besteht aus genau vier Teilen A, B, C und D. Das heißt, wir brechen ab, wenn wir hier vier Parts in der IP-Adresse haben. Das heißt, if len von Parts gleich gleich vier, dann returnen wir das Ganze. So, und dann sagen wir hier einfach return. Und ja, was wollen wir jetzt hier haben? Na ja, wir wollen als IP-Adresse hier das da haben. Das heißt, ups, das war das falsch, das wollte ich haben. Wir wollen sozusagen die einzelnen Parts, also die einzelnen Zahlen, also zum Beispiel hier 122, 12, 210 und 11, wollen wir mit einem Punkt miteinander verbinden. Das heißt, wir sagen hier Punkt, Punkt, Join und dann sagen wir, also quasi mach zwischen jedem einzelnen Teil einen Punkt und dann pack, äh, ja, pack die ganzen Parts hintereinander. So, im Endeffekt, wenn wir jetzt hier mal ganz kurz IP, äh, Parts-IP aufrufen, print, äh, Parts-IP, dann sagen wir hier erstmal, wir haben leer und wenn wir hier die Parts als Liste reinfügen, und dann haben wir hier eine 12, ähm, nächster Part wäre eine 11 und so weiter und so fort. Dann haben wir nochmal eine 12 und dann haben wir eine 255, irgendwie sowas, ja. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt wundert euch bitte nicht über die erste Aufgabe hier. Dann wird quasi hier überall ein Punkt dazwischen gesetzt. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Hätten wir hier oben auch machen können, aber ich hätte trotzdem mit A, B und C sowieso separat arbeiten müssen. Und das ist ja das, was wir hier mit dem Join erreichen wollten. Okay, so, jetzt haben wir allerdings noch eine andere Sache. Und zwar, ähm, wie genau funktioniert denn eigentlich dieses Auseinanderbauen von unseren IP-Adressen? Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das heißt, was wir machen ist, wir rufen das Ganze rekursiv auf und basteln uns eine Liste aus möglichen Objekten. Und zwar in einem Aufruf mehr oder weniger. Das bedeutet, wir rufen dieses Parts-IP rekursiv auf, auf die verschiedenen Parts. Und jedes Mal, wenn wir es aufrufen, bekommen wir sozusagen eine neue Möglichkeit reingespielt. Allerdings natürlich nur eventuell, wenn zum Beispiel S nicht gegeben ist, dann returnen wir erstmal nichts. Das heißt, in diesem Fall ist nichts eigentlich eine leere Liste, weil wir ja mehrere Lösungen haben wollen, weil wir ja auch mehrere IPs haben können. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. So, ähm, oh, und eine wichtige Sache hierbei noch, wenn wir irgendwie ein S haben, was nicht leer ist, also F, S ungleich leer, dann müssen wir hier auch irgendwie return, ähm, eine leere Liste machen, weil dann ist offensichtlich keine gültige IP gebaut worden, weil fünf Teile für eine IP-Adresse, das kriegen wir nicht hin. Das heißt, das wäre sowas wie 12.2.1.2.2 und so weiter und so fort. Das ist keine gültige IP-Adresse, deswegen muss das natürlich jetzt hier rausfliegen. So, okay, nächster Teil wäre jetzt zu sagen, okay, wann gehen wir eigentlich in die Rekursion? Wann bauen wir eigentlich unsere verschiedenen IP-Adressen? Und hier sagen wir jetzt, okay, ähm, wir bauen uns erstmal eine Return-Liste, die eine leere Liste ist. Und hier fügen wir die ganzen Möglichkeiten von unserer Rekursion ein. Das bedeutet, ähm, ja, was sind denn unsere Möglichkeiten eigentlich? Naja, das erste ist, wie gesagt, wir nehmen hier einfach die erste Zahl, sofern diese kleiner, ne, sofern einfach nur die erste Zahl, weil das kann ja alles sein. Also ich kann hier auch zum Beispiel 9, ähm, Sekunden, gültige IP-Adresse, Sekunde, machen wir mal so, eine gültige IP-Adresse wäre zum Beispiel auch 9.9.9.9, ja, das wäre eine gültige IP-Adresse, das heißt, ich kann hier wirklich, oder 0.0.0.0, wird zwar nicht verwendet, weil von der Jana, äh, oder, äh, ja, benutzt, ähm, aber, ähm, ja, es ist eine gültige IP-Adresse, das heißt, wir müssen hier im Endeffekt sagen, okay, ähm, unsere Return-Liste kann enthalten, ähm, Pars-IP, also quasi der rekursive Aufruf. So, und jetzt ist die Frage, was genau ist denn eigentlich jetzt unsere, ähm, unsere Möglichkeit hier? Naja, wir sagen hier, wir liefern den, den selben String wieder rein, schneiden aber den ersten Buchstaben ab. Und als Parts überliefern wir jetzt genau dasselbe, wie das, was wir haben, nur, also quasi, äh, Parts, genau das, nur eben um ein weiteres Ding erweitert, und zwar den Buchstaben, beziehungsweise die Zahl, besser gesagt, die Zahl, die direkt an erster Stelle ist. So, und das will ich jetzt mal ganz kurz mir ausgeben lassen. Das ist quasi unsere erste Rekursion, die ist mal ein bisschen tricky, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir es aufrufen, ähm, und zwar printen wir uns jetzt hier mal Parts aus. Okay. So, das sieht dann folgendermaßen aus. Das ist klar, dass wir hier einen Fehler bekommen, das ist auch fein für mich. Ähm, und zwar, wenn wir hier das Ganze aufrufen, dann haben wir als erstes mal, Sekunde, ah, genau, Pars-IP, den Aufruf würde ich ganz gerne wieder rausschmeißen, den will ich da nicht drin haben. So, also erstmal haben wir eine leere Liste als Part. Wunderbar, das ist genau das, was wir haben wollen. Dann gehen wir das erste Mal in die Rekursion rein und rufen Pars-IP auf, das wäre hier dann mit einer 1. Dann haben wir 1 und 2, dann haben wir 1, 2 und 2. Eigentlich könnte ich hier auch S von 0 einbauen, das müsste eigentlich genauso gehen, sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Genau. Ähm, dann 1, 2, oder hat es einen Unterschied gemacht? Sekunde, 1, 2, 2, 1. Nein, macht keinen Unterschied, sehr gut. Das ist das, was ich mir dachte. Und, wir machen hier ein Redo. Okay, so, das bedeutet, wir haben jetzt hier eine Liste, die maximal aus vier verschiedenen Zahlen besteht, aber dadurch, dass wir hier jetzt Return leere Liste haben, naja, bekommen wir natürlich hier nichts raus, weil, ja, wie gesagt, das hier ist im Endeffekt ein, Achtung, hier geht es theoretisch noch weiter und damit ist das hier, also 1.2.2.1 ist keine gültige IP-Adresse für diesen ganzen String. Und das ist absolut richtig. Das heißt, hiernach sollte Red erst mal, Print Red, hiernach sollte Red definitiv trotzdem eine leere Liste sein, weil natürlich hier diese verschiedenen einzelnen Dinger nicht gültig sind. Okay, das ist schon mal gut, aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel Pass IP mit 9999 aufrufen, dann sollte man hier eine andere Ausgabe bekommen. Dann sehen wir hier nämlich, ah, okay, davor stürzt es ab, gut, natürlich, klar. Dann sehen wir hier, 9999 ist definitiv eine gültige IP-Adresse, das ist richtig so. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, warum das Ganze hier abstürzt. NoneTypeObject is not intreable. So, das ist fein. Sekunde, lass mich das wieder zurück ändern. So, noneTypeObject is not intreable. Alles klar, weil wir hier eben none versuchen zu iterieren. Das heißt, wir sagen hier, das Ganze machen wir natürlich nur, wenn wir es überhaupt haben. Und ja, haben wir immer noch. Okay, cool. Stimmt, klar, weil wir da oben ja ein if not s, dann returnen wir das. Das heißt, das ist es nicht. Okay, dann machen wir den aber nachher. Lass mich erst mal kurz nachdenken, was die anderen Möglichkeiten sind. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi den ersten Buchstaben genommen. Und ja, das ist nur in solchen Fällen hier quasi die Lösung. Wir haben aber noch andere Lösungen. Und zwar, wenn wir jetzt zum Beispiel mehrere oder längere Strings haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier die Länge von dem String haben und die ist größer als 1, dann können wir da im Zweifel auch mehr als eine Zahl von abschneiden. Also zum Beispiel aus dieser hier können wir die 12 abschneiden sozusagen. Oder sogar die 122. Das wären die drei Möglichkeiten. Das heißt, die 12 erstmal. Ja, wie soll denn die 12 aussehen? Nun, oder also wie sieht so eine zweizeilige Zahl aus? Oder zweiziffrige Zahl besser gesagt. Ja, zunächst einmal muss natürlich die Zahl, also int von s von Anfang bis zum zweiten, die muss kleiner sein als 100. Auf der anderen Seite darf sie aber auch nicht kleiner als 9, also wenn man sie quasi umwandelt, wenn man die ersten zwei Ziffern nimmt und sie umwandelt, dann darf die auch nicht kleiner sein als 10. Das heißt, es muss echt größer als 9 sein, weil wenn wir eine 9 haben, haben wir eigentlich nur eine Ziffer und dann haben wir offensichtlich hier 0,9 in diesen zwei Dingern hier. Das heißt, das wäre keine gültige Lösung. Also muss sie größer als 9 sein, also sprich mindestens 10 und maximal 99, weil ansonsten haben wir drei Stellen und drei Stellen kann ich mit zwei Zahlen eh nicht abbilden. Also, ja, können wir hier quasi sagen, okay, wir returnen genau das plus gleich passIP von dem String von, ja, jetzt müssen wir die ersten zwei Stellen abschneiden, also zwei bis Ende. Und wir sagen hier, Parts ist gleich Parts plus den String aus Anfang bis zwei. Also quasi wir schneiden sozusagen die, alles was Stelle zwei und später ist, schneiden wir ab. Und hier können wir das eigentlich auch noch reinschreiben, Parts ist gleich. Und damit haben wir eigentlich die nächste fertig und jetzt machen wir noch den letzten hier rein. Und zwar sagen wir hier, wenn die Stellen mindestens zwei, also mindestens drei sind, das heißt, wir können das immer machen, aber natürlich nur, wenn wir noch genügend Stellen haben, also wenn wir zum Beispiel nur noch zwölf da stehen haben, dann geht das natürlich nicht mehr. Und hier sagen wir jetzt, wenn es mindestens drei Stellen sind, dann muss die Zahl allerdings mindestens 100 sein, ansonsten haben wir wieder eine führende 0 dabei, beziehungsweise mindestens, ja, mindestens 100, also größer als 99. Und Achtung, beim Maximalen müssen wir auch vorsichtig sein, denn wir dürfen nicht 256 oder mehr haben. Das heißt, wir müssen kleiner sein, echt kleiner sein als 256, ansonsten haben wir hier ein Problem. Und ja, das geht natürlich auch. Und das heißt, wir haben eine Zahl zwischen 99 und 256, wir parsen das Ganze, wir sagen hier, okay, wir schneiden die ersten drei Stellen ab und wir schneiden alles vor den letzten, also quasi die ersten drei Stellen ab und packen den Rest dann wieder in die Parts rein. So, wenn wir das haben, haben wir eigentlich alle Möglichkeiten, soweit durch und sollten hier in der Lage sein, uns mal Red genauer anzugucken. So, wir haben immer noch den Fehler mit dem Non-Type-Object, aber wir haben das Ganze richtig geparst. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Non-Type-Object hier bekommen, beziehungsweise wegbekommen. Das kriegen wir nämlich auch hier bei Pars-IP von Stelle 3 bis Ende. Wo haben wir denn hier ein Non-Type-Object? Ähm, das liegt daran höchstwahrscheinlich, dass wir hier einfach noch nichts zurückgegeben haben, weil wir das Ganze ja rekursiv hier quasi machen und eigentlich noch überhaupt nichts zurückgegeben haben, außer wenn wir hier sind. Ähm, interessant, dass es überhaupt soweit funktioniert hat, das ist wirklich faszinierend, ich weiß gar nicht wieso. Aber, wobei doch, ich kann, ja doch, ich weiß warum, aber trotzdem, es ist ziemlich cool, dass es funktioniert hat. So, was geben wir jetzt hier offensichtlich dann zurück? Naja, wir geben Red zurück. Und damit bekommen wir eben mehrere Listen im Endeffekt. Und zwar jedes Mal, wenn wir quasi eine Rekursion weitergehen, also quasi am Anfang was abschneiden, dann gehen wir weiter in eine Rekursion und erhöhen die Liste sozusagen und haben hier mehrere Lösungen dafür. So, und das sieht jetzt folgendermaßen aus, wir haben hierfür die Möglichkeit 122, 122, 101, 1, 122, 122, 11, 122, 122, 11 und 12, 212, 210, 11. Und für die untere haben wir natürlich nur 999. 9. Ja, ich glaube, dass es eine ganz gute Illustration, wie komplex das Ganze eigentlich sein kann, wenn wir irgendwas parsen wollen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich hoffe, es ist jetzt einigermaßen verständlich, was da genau passiert ist. Das ist ein bisschen ein komplexeres Beispiel von Rekursion gewesen. Ich hoffe, ihr konntet mir soweit folgen. Wie gesagt, versucht nochmal, das Ganze ein bisschen durchzugehen. Das heißt, am Anfang haben wir quasi eine leere Liste. Dann füllen wir die leere Liste mit allem, was drei Stellen hat, sofern das möglich ist. Also wir schneiden wirklich zuerst drei Stellen ab, dann gucken wir wieder, gehen in die Rekursion mit Pars-IP. Das ist diese Funktion hier, nicht vergessen. Bauen uns quasi nochmal die Unterteillisten und sagen hier, okay, wir haben immer noch so und so viele Stellen, also quasi 122, 101, 1 haben wir immer noch übrig. Also schneiden wir mal nochmal drei Stellen ab. Also haben wir noch das hier übrig und das hier schneiden wir nochmal drei Stellen ab. Dann haben wir die 1 übrig. Da wird dann nichts mehr passieren, weil Lens von S ist eben nicht mehr größer 2, ist auch nicht größer 1. Also passiert nur noch das. Und am Ende haben wir nur noch einen leeren String. Und dann landen wir hier oben, weil eben auch die Parts, die wir immer mit übergeben haben, in die Rekursion rein. Die Parts sind ja genau vier. Das bedeutet, wir haben hier vier Stück fertig. Also geben wir hier, weil es auch tatsächlich auf einem leeren String geendet hat, geben wir hier tatsächlich alles zurück. So, dann geht es aber noch weiter. Und zwar gehen wir dann erst aus einer Rekursion raus und dann gehen wir in die nächste IF. Achtung, das ist keine L-IF, sondern eine normale IF. Und gehen hier quasi her und versuchen zwei abzuschneiden. Dann sehen wir hier, das haben wir zuerst gemacht, nachdem wir die hier schon fertig hatten, weil dann bin ich ja immer noch in der Rekursion drin. Versuchen wir also danach, okay, haben wir das hier jetzt gemacht, okay, das gibt uns auch nochmal eine Lösung. Und dann kommen wir auch wieder darauf raus. Und ja, wir versuchen auch jedes Mal hier, also quasi in jeder Rekursion versuchen wir auch, nur eins abzuschneiden. Aber wir kommen niemals auf eine Lösung und deswegen, also weil der String eben niemals leer ist und deswegen geben wir immer eine leere Liste zurück. Und naja, die leere Liste, wenn man da irgendwas, wenn man eine leere Liste in eine Liste hinzufügt, dann passiert einfach gar nichts. Deswegen werden die mit nur einem hier weggelassen. Ich kann hier auch ganz gerne mal diesen IF rauslassen und euch zeigen, was dann alles passiert. Dann sehen wir nämlich hier auch sowas wie 122, 122, 10, 1. Das ist durchaus auch eine Lösung hierfür, aber halt keine gültige, weil 122, 122, 10, 1 lässt die letzte 1 einfach komplett weg. Das heißt, hier ist der String eben noch nicht leer gewesen und dementsprechend wurde hier jetzt, sollte eigentlich diese Lösung nicht gültig sein. Das machen wir quasi hier mit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es eine ziemlich coole Challenge, muss ich sagen. Und auch das hier mit dem Yielden ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, damit man mal wieder ein bisschen in diese Generator-Sache reinkommt und wie man die eigentlich verwendet. Seid mir Bescheid, wie ihr es fandet und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!